Moin Leute, Zomlo hier und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, also für mich sind jetzt gerade keine 5 Minuten glaube ich vergangen seit der letzten Aufnahme, aber ich habe mir trotzdem mal das ganze angeguckt, die Situation und überlege, wie könnte es jetzt weitergehen Auf der einen Seite denke ich mir halt, wir haben hier unten die Situation mit Kroatien und Bosnien in einem normalen Spiel, wo ich wirklich mir ein höheres Ziel setze also wirklich sage, ich will bis zum Ende spielen, ich will so mächtig werden wie nur irgendwie möglich würde ich jetzt natürlich sagen, ich würde sowohl Kroatien als auch Bosnien behalten um bald irgendwann einen Krieg gegen die Osmanen zu führen deswegen werde ich es auch, ich werde es nicht annektieren zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich werde auch keinen Krieg gegen die Osmanen führen einfach weil ich mir denke, dass das ein bisschen, naja unnötig ist zum aktuellen Zeitpunkt das macht mir unnötig Stress, das macht meinen Nachbarn unnötig Stress deswegen, das macht einfach keinen wirklichen Sinn im Augenblick glaube ich jedenfalls, also wir müssen, ja wobei, wir haben als nächstes, wen wir angreifen werden also ich will Böhm loswerden, ich will hier noch ein bisschen so die kleinen Nationen loswerden einfach um nochmal unser Geld zu, unsere Dingens zu pushen können wir kurz reingucken, Söldner, wie viele Söldner sind derzeit verfügbar? das sind zwölf Stück okay das wird teuer, also es wird wirklich teuer werden, die ganzen Söldner uns zu holen ich werde es trotzdem dann irgendwann demnächst machen, in einem der nächsten Parts ich glaube, ich spiele wirklich, ich sage wirklich, ich spiele bis Part 30 und dann mache ich alles zu Ende oder so wir versammeln auf jeden Fall jetzt nochmal weiter unsere Truppen beziehungsweise auf wen habe ich denn alles Ansprüche? ich habe einen Anspruch auf Oldenburg und ich glaube, das war's Großbritannien, Savoy und die Hanse das wäre eigentlich sehr, sehr interessant gegen die Hanse nochmal loszuschlagen einfach weil so viele kleine Nationen nochmal bei rauskommen könnten und ich habe keine, also keine wirkliche Gefahr durch die andere Nationen hier dabei muss ich mir echt mal gut überlegen, wie ich das mache Dänemark müssen wir mal kurz gucken, wie ist denn das? das Freiheitsstreben ist immer noch auf Null, das ist gut die sind noch nicht annähernd groß genug, um da ernsthaft Probleme zu bereiten das heißt, wir können die weiter an Schweden füttern nach dem nächsten Krieg wenn wir es überhaupt nicht so lange spielen wir könnten auch mal Norwegen angreifen, theoretisch da hat Dänemark zu mir jetzt in Zeitpunkt auch noch keine Ansprüche drauf wir haben Pommern und Portugal dabei Pommern könnte eventuell, könnte ich dem deutschen Orden geben oder mir selber holen also hier Stettin muss ich gucken, wie ich das mache ähm, ja mal gucken wir haben 31 Reichsfürsten der Zeit und hier das nittert Ding Reichsintegrität was die nationalen Unruhen senkt und so weiter was uns zu große Vorteile innerhalb des Reiches bringt gilt nur solange es mehr als 25 Reichsmitglieder gibt das heißt, die ganzen Einzelstaaten zu schlucken ist vielleicht gar nicht mal so klug wie man vielleicht denken könnte deswegen werden wir es an der Stelle doch noch mal ein bisschen lassen höchstens Trier und Köln ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Kaiser werden will im aktuellen Run weil irgendwie wäre das ja auch bescheuert denke ich mir das will ich mir nämlich für einen anderen Run aufheben eigentlich ja wobei, ne, Kaiser werden macht schon noch Sinn ne, ich glaube wir machen das mit dem Kaiser noch wir versuchen das zumindest noch das heißt, wir werden einfach mal Köln und Trier uns vormerken auf allen Böhmen auf Böhmen hole ich mir direkt einen Anspruch mhm, zack wen haben wir sonst noch, es gibt Köln, Trier und Ferrara, die nicht für uns stimmen gut, das macht keinen Sinn sich mit denen hier zu befassen, momentan wir ziehen einfach mal weiter unsere Truppen zusammen warten ab was, was so sich was so passiert in der Welt um uns herum weil wirklich sinnvolle Kriege können wir jetzt im Augenblick nicht führen die interessanten Nationen sind alle im Waffenschildstand mit uns höchstens sagen, ich hole mir hier die Oberpfalte noch oder so Koalition gegen mich ja wisst ihr was, wieso nicht wieso eigentlich nicht sind glaube ich eh so mit die einzigen Nation fast die in der Koalition gegen mich sitzt gerade Moment, Trier sitzt in der Koalition gegen mich habe ich das richtig gesehen? Tatsache dann habe ich jetzt gerade nämlich ne Idee wir haben ne Koalition drei Mächte Koalition gegen mich und wenn ich die Oberpfalte angreife also wenn ich Nürnberg angreife sind die beiden dabei das heißt, ich kann Trier ich kann mir Trier holen wenn ich den Frieden schließe ich könnte mir theoretisch wahrscheinlich auch Württemberg holen aber Württemberg interessiert mich gerade weniger aber Trier will ich da auf jeden Fall haben und Nürnberg verliert natürlich genau jetzt die Koalition wenn ich gerade dabei bin einen geilen Plan zu schmieden aber gut meinetwegen da kann ich mir Nürnberg wenigstens so holen also die Oberpfalte ist die letzte Armee ach, ihr sitzt hier fest na super ja, nutzt mal die Flotte um da rüber zu kommen bitte äh naiver Verwandter hinrichten ja, wir richten den Weg hoch verraten die Punkte kann ich mir momentan nämlich ja wobei kann ich mir die Punkte denn noch leisten? bin mir nicht ganz sicher ne, lassen wir mal sägen wir mal die Stadt nicht die 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 Spionageabwehr und holen wir uns das dann später bei Gelegenheit wenn wir gerade unsere Armee darüber bringen den Anspruch auf Böhmen haben wir gleich schon den können wir aber jetzt noch nicht durchziehen der Waffensurstand hält nämlich noch bis äh 96 also der bleibt noch ein bisschen ein bisschen zu lange für meinen Geschmack aber okay ich sammle meine Truppen in der Zwischenzeit mal bei Nürnberg beziehungsweise ich sammle die ich überrolle die einfach ja, schade aber nicht, wenn ich mit allen anrolle wenn schon, dann richtig dann rennen wir einmal mit allem drauf und vernichten die komplette Armee auf einen Streich und zwar locker stimmt, Salzburg könnte ich mir als Ziel nehmen die sind mit Württemberg verbündet mach ich das einfach mal dann hauen wir jetzt halt die ganzen kleinen Staaten kaputt zack, Eroberung gegen Nürnberg Zeit für den Angriff ich brauche noch nicht mal Hilfe von denen ich mache den Krieg alleine genauso wie ich die Kriege hier alle alleine machen werde dieses kleinen ähm ihr bleibt so da das sollte reichen ja es reicht auch Trier kann ich nicht angreifen weil ich die Steiermark mit reinziehen würde dasselbe gilt für Köln Württemberg leider auch das heißt wir machen wir greifen Salzburg an das ist so ziemlich die einzige Möglichkeit was ich da sinnvoll ist derzeit tun kann ich könnte höchstens darüber legen München anzugreifen also Bayern das geht sogar recht bald ich glaube das tue ich das werde ich tun dann gehe ich mit dem Anspruch auch wenn die mich erwischen werden und mich hassen werden das soll mir jetzt gerade egal sein ehrlich gesagt mehr Provinzen für Tumlu und euch ziehe ich mal ab nach Nürnberg habe ich gerade beschlossen für den Moment noch da habt ihr keine Verluste da habt ihr keine standardmäßige Verlustquote drin hier die militärischen Machtpunkte sind schon wieder gefährlich hoch es droht eine Verschwendung Tumlu does not approve wie sehr hasst mich Salzburg eigentlich kann ich die an oder mögen mich vielleicht sogar noch nein mögen sie nicht ob trotzdem friedlich aus Herrschaft entlassen sind sie negativ Geldern rebelliert sie wollen sich in Niederlanden anschließen kann den entweder Geldern überlassen oder ich klopse nieder und da ich locker genug Truppen habe kloppen wir sie natürlich nieder rennen wir da hoch wie lange braucht ihr bis ihr da seid 12. Juli ok so dann warten wir noch dann haben wir nämlich kein irgendwie Überquerungsmalus oder sowas bam das sollte kein Problem sein ja es war einfach ein schneller Sieg es sollte mehr von diesen Siegen geben falls es in der Koalition gegen uns Oldenburg und Ferrara ebenfalls allerdings kann ich jetzt Salzburg angreifen was ich auch direkt tun werde ach Mist ich habe noch eine Waffenruhe ich habe eine Waffenruhe mit Salzburg stimmt natürlich habe ich das gar nicht gedacht ich habe mich mal wieder sehr erfolgreich selbst verwirrt ich habe wirklich ein Talent dafür glaube ich gut dann passiert das wohl Ulm wäre natürlich auch noch interessant Baden, Bayern, Lothring, Pfalz und Schweiz die wären dabei wenn ich Bayern angreife gut dann lasse ich das mal Koalition gegen uns wächst wieder allerdings sind sämtliche mächtigen Nationen in der näheren Umgebung entweder so drauf dass sie auf meiner Seite stehen und dass ihnen egal ist also Frankreich Steiermark und Polnitau steht auf meiner Seite und dem Osmanen ist es relativ egal was ich hier in aggressiver Expansion mache wie man sieht einfach weil die als ähm Muslime sich relativ wenig dafür interessieren was die Katholiken untereinander machen von daher passt mir das eigentlich recht gut in den Kram gerade Friesland rebelliert gut machen wir noch einen Krieg draus muss wohl sein aber okay das sind die einzigen beiden Provinzen die wir haben die an die gehen könnten und die behalte ich wait what ganz viele Rivalensachen die sich geändert haben und Koalition also Schweden ist nicht länger ein gültiger Rivale okay muss ich gleich mal gucken was ich in dem Punkt mache was wir da ändern erstmal Friesland gehört uns bye bye Patrioten ihr habt keine Chance muahaha und wir holen uns die nächste Diplothek äh Kaiser wollte ich hier werden was wollte ich noch machen ähm ich habe vergessen was ich gerade tun wollte Mist egal kämpfen wir erstmal ah wir haben die Belage von Oberpfalz gewonnen wunderbar der Scheiß hier ist ebenfalls gewonnen marschieren wir nach Nürnberg und schließen wir einen Frieden holen wir uns die Provinz bam bye bye Nürnberg Kernprovinz bitte genau genau nach Rivalen wollte ich gucken das ging nur noch nicht na gut es fällt leicht die Osmanen und die Spanier viel mehr Auswahl habe ich hier gerade auch nicht und ich glaube ich sollte bald wirklich meinen Spaniern Krieg erklären und mir Rom holen das überlege ich mir noch muss ich noch gucken wie ich das mache Österreich hätte gerne die Oberpfalz zurück hä hä lustig könnt mich mal am Arsch lecken als ob ich euch eine Provinz gebe ihr seid nicht immer mehr ein würdiger Kaiser ihr habt nichts mehr die Pfalz wird wahrscheinlich der nächste Kaiser werden das wäre ehrlich irgendwie lustig gut steigen wir ein bisschen bei Baden damit die wieder für uns stimmen äh wen haben wir noch gut die Pfalz wird nicht für uns stimmen solange Böhm für sie stimmt verbessere ich trotzdem mal die Beziehungen zu denen in Böhm können wir mit etwas Glück bald ausschalten aber im Rest müssen wir jetzt abwarten wieder das Problem ist gerade mit diesem Söldnerding es ist nicht so man direkt drauf zusteuern kann wenn ihr wisst was ich meine einfach weil es so schwer einzuschätzen ist wann habe ich genug also ich habe wahrscheinlich schon längst genug um 50 Söldner zu supporten für einen kurzen Zeitraum zumindest aber hey ist ja auch egal so ungefähr wie steht es eigentlich mit der Stufe gerade mit der Tech-Stufe plus 60 also noch 6 Jahre warten wir auf jeden Fall mal noch ein bisschen ab jetzt der Koalition die wächst die ist groß und stark und mächtig Äthiopien hat keinen internen Konflikt mehr herzlichen Glückwunsch Äthiopien ich glaube ich bin tatsächlich verleitet einfach mal zu gucken ob es jetzt schon reicht dann wäre es natürlich ein früheres Ende was heißt okay ein früheres Ende wäre es nicht aber ein früheres Ende als erwartet wir fangen einfach mal an mit dem indem wir uns Infanterie anheuern zack 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 vor allem wenn ich dann noch irgendwie den Truppenunterhalt senke gleich was ich jetzt an der Stelle einfach mal tun werde aber schon neue das ärtes packen war glaube ich locker probieren wir einfach mal lassen wir einfach mal laufen da sind nämlich schon wieder neue die holen das Achievement tatsächlich dann doch in diesem Part schon habe ich das Gefühl jedenfalls 50 Söldnergimenter brauchen wir doch glaube ich ich hoffe ich habe da jetzt keine falsche Zahl im Kopf sonst könnten wir ein Problem kriegen aber ich senke den Militärunterhalt mal noch nicht komplett einfach damit ich die Truppen zusammenziehen kann auch schnell weil es sonst ewig dauert so 50.000 Mann in Infanterie und wir haben noch nicht unser Hauptarmee ist noch nicht mal so groß es ist eigentlich irgendwie ist das bescheuert mal gucken ob da noch mehr dazukommen oder ob ich alle Söldner schon rekrutiert habe die gerade verfügbar sind das könnte nämlich das Problem oh das könnte nämlich das Problem werden Polen, Litauen führt einen Krieg Angriffskrieg gegen Moskau gut das soll mir recht sein dann erhöhe ich meinen Unterhalt und kümmere mich um die Hanse und um Pommern unter anderem mit meinen frisch gebackenen Söldnern hier gucken ob ich dann ja wobei wie viel Geld habe ich gerade ich mache immer noch ein dickes Plus so viel kostet ihr mich nicht dann heuer ich mir jetzt noch den Rest an ah und da kommen gerade neue da werden neue freigeschaltet wunderbar und da kommt es zur Schlacht oh meine Flotte hätte ich vielleicht nicht irgendwo stehen lassen sollen da habe ich nicht aufgepasst gut ist jetzt zu spät dafür um da irgendwas zu ändern das Volk probiert neue Religionen aus hier erhöhen wir für die nächsten jahre einfach mal unsere Missionarsstärke würde ich sagen ich dachte hier haben wir sowieso gewonnen und gehen wir in die Offensive gehen wir einfach mal voll in die Offensive jetzt gegen die irgendwie Hanse Mailand kann von mir aus gerne Militärzugang haben das ist mir relativ Latte ihr marschiert dahin ihr sammelt euch hier beziehungsweise nein ihr marschiert nach Lübeck denn dahin sind die unterwegs nach Leipzig habe ich gesagt egal Anhalt ich habe gerade leider keine Söldner mehr Wahrscheinlichkeit ist neue Söldner verfügbar 1% pro Tag ok das ist scheiße das ist echt scheiße das sind nämlich keine besonders hohen Chancen wenn ihr mich fragt ich muss hier mal nachgucken spalten wir mal alle verfügbaren Söldner ab und schicken sie hier runter und bleiben wir mal nur mit den Truppen hier so 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 und so teilen wir uns ein bisschen belagern wir einfach die Hanse vollkommen komplett Hanse dürfte jetzt schon keine Truppen mehr haben wenn ich das richtig sehe die haben nur noch ihre Schiffe glaube ich Waffenruhe mit Bayern vorbei kann ich die theoretisch auch gleich angreifen ok sie sind mit Schweden verbindet lasse ich mal an der Stelle das habe ich nämlich bitte vergessen um ehrlich zu sein Beinhalts der Koalition gegen uns angeschlossen ok oh ich habe tatsächlich neue Söldner verfügbar bekommen juhu rekrutieren wir sie einfach alle dort ach du scheiße machen wir gerade miese ich glaube das reicht noch nicht es reicht höchstens knapp also da müssen wir echt vorsichtig sein was das angeht äh ich setze meine mein Unterhalt einfach mal auf die Hälfte ich meine hier wird sowieso nicht zum Kampf kommen weil hier alles belagert wird es ist nur Moskau was noch kämpft und da kann sich Polnita und beim besten Willen auch selbst drum kümmern also das muss ich ja nicht machen Dänemark Beziehung ist bereits auf Maximum verbessert Regentschaftsrat egal denn der Thronfolger ist gleich da und der ist besser der hat mehr auf dem Kasten als unser aktueller Herrscher und ihr seid in ein paar Tagen fertig kann ich die Stabilität billiger erhöhen und bam fertig zack zack machen wir den hier die restlichen Punkte nehmen wir uns mal noch ein bisschen länger auf die Fall es kann gerne weiter Militärzugang haben ich bin noch knapp im Plus mir fehlen noch ich denke ich meine das ist das jetzt ja nicht voll ah die werden ah die werden hier aufgefüllt vielleicht ist es deswegen auch ähm gehe ich deswegen auch keine weiteren Söldner hier rein gerade mach ich doch einfach mal den hier wir haben 34 Regimenter gerade uns fehlen 16 es sollte machbar sein innerhalb dieses Parts ich hoffe es auf jeden Fall bleibe ich jetzt hier bei einem stehenden Herr aus Söldnern was eigentlich totaler Scheiß ist und hey unser neuer unser junger Herr Wilhelm also der Landgraf Wilhelm der Vierte von Hessen ist auf dem Drohnen mit 15 Jahren gefällt mir sehr gut du bleibst auch schön da hoffentlich für ein paar Jahre Krieg vorbei äh Waffenruhen vorbei ein paar aber nicht wirklich wichtige müssen wir mal gucken Lieder Lausitz ist bekehrt hey cool Schweiz schießt sich eine Koalition an und wir machen einfach weiter wir spielen weiter unsere Spielchen hier während wir auf weitere Söldner warten Launbo sehr schön ich glaube Kaiser werden wir doch nicht mehr hier aber ich werde mit Sicherheit noch einen anderen Run finden in dem man gut Kaiser werden kann es gibt auch ein Achievement dafür natürlich dass man Kaiser wird ohne als Kaiser gestartet zu sein also wenn man nicht Österreich ist im Endeffekt das kann man mit vielen Nationen erreichen wir können es halt jetzt auch locker erreichen wenn wir noch ein bisschen weiterspielen würden ich glaube ich weiß wie ich das mache es gibt nämlich einen riesigen einen Run mit Spanien mit dem man unglaublich viele Achievements holen kann einfach weil man mit Spanien unglaublich gut die ganzen Kolonial Achievements kriegen kann darauf werde ich jetzt im Moment nicht näher eingehen das mache ich irgendwann anders dann mal jetzt bleiben wir gerade einfach mal dabei und bringen erstmal unser Achievement hier zu Ende außerdem bauen wir mal ein paar militärische Gebäude gleich oder wie sieht es eigentlich ja wir haben noch dick Geld übrig ja wobei das ist glaube ich durch Plünderung ein bisschen was können wir denke ich bauen ein paar Rüstkammern zum Beispiel ja machen wir das einfach bauen wir einfach eine Ladung Rüstkammern und dann sollte es das auch erstmal schon gewesen sein denke ich wir marschieren in der Zwischenzeit nach Frankfurt wieder Pommern ist schon raus okay da passiert nichts mehr groß auch die Hanse wird bald raus sein und ich habe keine Rückmeldung mal wieder also was das angeht ist man spielt echt super Top Zustand in allem also wunderbar besser kann man sich es nicht wünschen Habseinfluss für mich wir bleiben dabei wir belagern weiter wir holen uns die beiden neuen Söldner Regimenter hier richtig krass high end Söldner besser geht's kaum Köln hat sich die Koalition angeschlossen meinetwegen aber das wird noch was das parken wir geil und ich meine Polen Litauen braucht beim besten Willen keine Hilfe mehr gegen Moskau also ganz im Ernst das schaffen sie locker wenn nicht wäre schon echt bitter wenn die das nicht packen Kardinal jenseits der Grenze gegen gegen die Steiermark ne gegen die Steiermark muss nicht sein Steiermark steht auf unserer Seite wir sind Bros ist ist eine schöne Urlaubsgegend da oben mit denen will ich es mir nicht verscherzen es kostet irgendwann so viel dahin zu fahren ich würde sagen das mit der Stabillage innerhalb von Europa habe ich eigentlich schon ziemlich gut geschafft dass ich angekündigt habe was mein Ziel sein soll ich meine es gibt nicht wirklich viele Nationen die uns momentan wirklich was abkönnen außer Polen also Osmanen Polen Frankreich und Spanien könnten uns alle was ab allerdings sind zwei davon mit uns verbündet wenn auch untereinander Rivalen und das sollte das sollte wirklich kein Problem sein wir sind in so einer geilen Situation insgesamt gerade da mache ich mir eigentlich keinen Kopf das kann man durchaus gelten lassen in meinen Augen für einen vernünftigen Friedensschluss ansonsten gucke ich manchmal ob die Beziehung hier verbessert hier verbessert Dänemark hatte ich schon der deutsche Orden fehlt noch ihr seid doch bald fertig da oben in der Hanse beeilt euch mal Jungs Nummer 43 oh es wird zu groß die Armee wird zu groß für die Provinz habe ich noch eine andere die groß genug ist um so eine Armee zu stützen erst mal schicke ich euch nach Leipzig gerade weil es ein bisschen größer ist zumindest und die kriegt natürlich einen General aber ich glaube allzu viele habe ich gar nicht die in der Größe sind oder was habe ich noch in großen städt ich habe Nürnberg noch na gut Nürnberg ist auch nicht größer als Leipzig machen wir es so machen wir einfach zwei Armeen draus aber wenn schon dann richtig dann machen wir es übersichtlich und gucken dass wir die einen direkter 25.000 bringen damit ich den Überblick bewahre und da nicht irgendwie durcheinander komme verteilen wir euch doch mal ein bisschen einfach weil ich kann ihr geht nach Nürnberg die fertige Armee hier die Armee von Leipzig ach kommt schon jetzt gibt mir doch die letzten paar Söldner aber ich finde es fasziniert dass wir schon fast 50 Sölden Regiment haben und immer noch im Plus sind das überrascht mich wirklich sogar noch relativ deutlich und ich könnte den Unterhalt ja noch weiter runtersetzen theoretisch gut holen wir uns jetzt an der Stelle mal hier die nächste Military Tech mit neuen Kanonen für uns nämlich in 32 Pündern die nie wieder zum Einsatz kommen werden wahrscheinlich nicht und holen wir hier jährlich Inflations Reduktion ich habe zwei neue Söldner mehr Kavallerie und mehr Infanterie holen wir die direkt ran da ist die Verstärkung Nummer eins Belagerung von Bremen gewonnen sehr schön mit mir hängt es gerade ein bisschen ah Polen Litauen hat Frieden mit der Hanse gestossen natürlich das war ja zu erwarten Hamburg und Sachsen Launburg Guren entlassen okay beide sind wahrscheinlich ja beide sind protestantisch beide haben eher schlechte Chancen zu meinen Versallen zu werden jedenfalls auf diplomatischem Wege deswegen lasse ich das mal gut sein an der Stelle auch direkt versuche ich gar nicht erst oh und die haben ihre Hauptstadt verlegt sehe ich gerade die ist nicht mehr in Lübeck die ist in Bremen das ist lust das finde ich interessant das muss ich mir merken gut muss ich mir nicht merken wir sind fast fertig aber Lübeck können wir jetzt zum Beispiel auch entweder sich selber holen als eine der wichtigsten Städte ich meine Handelszentrum reichte Stadt also Lübeck ist definitiv eine wertvolle Provinz sehr sehr wertvolle Provinz dementsprechend noch sauteuer in jeglicher Hinsicht okay Oberpfalz ist als nächstes dran noch drei Regimenter drei Söldner Regimenter dann ist es geschafft dann ist es vollbracht und wir sind immer noch im Plus ich hab dir natürlich lang genug gewartet komm schon gib mir mehr Männer gib mir mehr Söldner kommt meine Söldner ihr werdet zwar nicht gebraucht aber Geld kriegt ihr trotzdem ihr müsst nicht mal dafür kämpfen ihr müsst einfach nur rumstehen oh jawoll wir haben genug wir haben genug und wie ich stehe jetzt fest dass es doch nicht 50 sind dann rege ich mich auf dann rege ich mich aber gewaltig auf gucken wir mal werden wir gleich sehen ob was ja wir haben es wir haben es wir haben es wir müssen wir nur noch warten wenn das Polen Frieden schließt dann holen wir uns nicht das andere Achievement ich meine ich könnte es jetzt natürlich auch auf dem Wege machen dass ich einfach einfach aussteige aus dem Krieg aber wie gesagt stabile Situation und da müssen wir nicht unbedingt uns mit Polen Litauen anlegen und uns unbeliebt machen gut die Söldnerregimente haben wir jetzt löse ich es einfach wieder auf es ist im Endeffekt es macht keinen Sinn außerhalb von dem Krieg Söldner stehen zu lassen wir sind zwar im Krieg aber sie bringen nichts hat mich schon genug Geld gekostet sie zu rekrutieren aber ich bin zufrieden also ich bin in dem Punkt echt zufrieden Achievement Nummer 1 haben wir Achievement Nummer 2 kriegen wir gleich und auch wenn ich den Part länger machen muss oder sonst was es macht einfach keinen Sinn jetzt den Part zu beenden weil der nächste dann irgendwie nur 5 Minuten geht oder so höchstens vielleicht auch 10 aber gut ich kann eigentlich jetzt schon mal sagen es hat mir Spaß gemacht mit diesem ersten Achievement Run ich hoffe euch auch beziehungsweise ich ich merke ja dass es euch auch Spaß gemacht hat wie bereits ein paar Mal erwähnt für mich mit das erfolgreichste Projekt überhaupt und es freut mich wirklich dass das ganze so gut ankommt ähm schreibt mir ruhig mal in die Kommentare wie gesagt die die sich auskennen was ihr als nächstes sehen wollt für Achievements ich werde mir da definitiv Gedanken machen vor allem wenn es neue Update raus ist jetzt gucken ob mir das DLC direkt drauf oder nicht ob ich das Geld dafür zusammenkriege je nachdem wie viel es kosten wird natürlich auch und dann werde ich mir das ganz einfach mal anschauen gucken welche Achievement sich gut machen lassen mit dem DLC natürlich auch welche neue dazukommen komm hier kommt grundsätzlich mit jedem DLC auch neue Achievements neue Thronfolger sehr schön du bist genauso wie uns aktuell oder na nicht ganz minimal schlechter was Militärisches angeht aber gut das ist für mich irrelevant komm schon beeilt euch Ungarn wird auseinandergenommen von den Osmanen los Jungs ihr schafft das ok wir haben es geschafft Polen Litauen hat Frieden mit Moskau geschlossen und wir gründen Deutschland da 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 mit einem wunderschönen kleinen Adler hier auf weißer Flagge mit weiter einem blauen Hintergrund wir haben Deutschland gegründet erfolgreich ein Early Reich wir haben das Achievement außerdem haben wir einen Anspruch auf die gesamte deutsche Region bekommen wie ihr hier sehen könnt das heißt wir könnten jetzt jede Menge Eroberungskriege führen aber ich möchte mich an dieser Stelle für euer Zuschauen bedanken für die Kommentare die ich gelesen habe für die Bewertung und so weiter ich hoffe natürlich dass ich von allem noch weiteres bekomme und dass euch das ganze gut gefallen hat des Projekts wir sehen uns dann in einem der nächsten Achievement Runs wenn ich keine Ahnung was tue das werden wir dann noch sehen da bleibt ja noch ein bisschen Zeit bis dahin auf jeden Fall wir haben dann nehmen wir die Karte wir haben Deutschland gegründet erfolgreich und Hashtag Möchnerys mit 50 Söldnern geschafft bis zum nächsten Mal bis zum nächsten größeren Achievement Run was auch immer wir uns dann holen werden viel Spaß damit mit den anderen Videos auf meinem Kanal mit was auch immer ich habe keine Ahnung wie ich das Ganze beenden soll egal wir sehen uns Ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.